Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Jon Jones sagte, dass sein Antritt, wo er jetzt positiv auf Doping, Steroide getestet wurde, soll sein Vermächtnis nicht weiter in Misskredit bringen und soll kein Argument mehr dafür sein, dass die Leute sagen, ey, er ist nicht der Goat, er wurde positiv auf Doping getestet. Im Jahr 2017 besiegte Jon Jones Cormier zum zweiten Mal durch TKO in der fünften Runde. Das Ergebnis wurde schließlich in einem No-Contest umgewandelt, nachdem Bones positiv auf PEDs getestet wurde, also leistungssteigernde Mittel, was sein Vermächtnis für immer beschmutzen sollte. Mehr als fünf Jahre später hat der ehemalige UFC-Champion im Halbschwergewicht erneut seine Unschuld beteuert. Bo Hightower, ein Chiropraktiker und zertifizierter Sportphysiologe, verteidigte Jones auf Twitter mit diesen Worten. Jones sollte eine Entschädigung für seine US-Anti-Doping-Agentur-Suspendierung erhalten, da die Wissenschaft sich geändert hat. Und jetzt Tests unter 100 Picogramm pro Milliliter nicht mehr positiv sind. Keiner seiner positiven Tests wäre nach den aktuellen Regeln positiv gewesen. Sein verlorener Kampf gegen DC sollte wieder als Sieg gewertet werden. Seit der No-Contest-Entscheidung im Jahr 2017 hat die US-Anti-Doping-Agentur ihre Richtlinien geändert, so dass der fehlgeschlagene Doping-Test des ehemaligen Halbschwergewicht-Champions als Turinabol nun aufgrund der niedrigen Dosierung legal gewesen wäre. Hightower erklärte die Situation besser, indem er diese Nachricht des UFC Senior VP of Athlete Health and Performance Jeff Nowitzki aus dem Jahr 2020 retweetete. Mit dieser Substanz etwas faul. Wir haben Athleten mit kleinen Mengen des DHCMT M3-Metaboliten in ihrem System für zwei und drei Jahre aus dem System gesperrt. Es ist auch pulsierend, kommt und geht. Wir sanktionieren unserem Programm nicht mehr, wenn es unter 100 Picogramm sind. Es gibt zu viele Unwirkbarkeiten. Ich fühle mich offiziell entlastet. Es wird kein Sternchen neben einer meiner Leistungen geben. Es ist gut, dass der Rest der Welt sehen kann, was ich die ganze Zeit gewusst habe, sagte Jon Jones. Mein einziger Vorteil gegenüber meinen Konkurrenten war nur harte Arbeit. Das nimmt er so mit, das sagt er so. Er sagt, er fühlt sich neu, er fühlt sich gekleert. Er sagt hier ganz klar und deutlich, dass die ganze Welt jetzt sehen kann, dass er nur besser war als die ganzen Fighter, gegen die er gekämpft hat. Und dass Doping dann keinen Unterschied gemacht hat, vor allem beim Kampf gegen Daniel Kormier. Und er sagt hier in diesem Sinne auch, dass das, was er damals als Doping von der US-Anti-Doping-Agentur angesehen wurde, nicht als rechtskräftig mehr gilt. Also, theoretisch, wenn er heute mit dieser Menge hochgenommen werden würde, wäre der Kampf immer noch legal verlaufen und er hätte den Kampf gewonnen. Und keiner hätte gesagt, dass er da in diesem Sinne den Kampf verloren hätte. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal hier bei Notanent.